Bei einem schweren Unfall in Frankfurt ist am Nachmittag ein Kind ums Leben gekommen. Ein kleines Cabrio hatte sich in der Nähe des Palmengartens überschlagen. Udo Langenull. Gegen 15.30 Uhr war das Auto in der Sießmeierstraße im Frankfurter Westend unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen kam der Kleinwagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei sagte. Dabei wurden zwei Kinder im Alter von 8 und 11 Jahren und der Fahrer teils lebensgefährlich verletzt. Das achtjährige Kind starb später. Nun muss ein Gutachter klären, wie es an dieser Stelle zu dem spektakulären Unfall kommen konnte und ob das Auto mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war.